Hey Leute, ich hab nur ne kleine Bitte an euch und zwar kommt ja im Januar der neue Film mit Broly in die deutschen Kinos und zwar nur mit deutschem Untertitel. Kaze meinte ja, dass man bis dahin keine deutsche Synchro erstellen kann, aber ich denke mir, wenn eine deutsche Synchro für Blu-ray und DVD kommt, dann sollten sie auch wissen, was wir uns für Sprecher wünschen. Deswegen bitte, klickt doch alle mal auf den Link in der Videobeschreibung, denn da kommt ihr zu dem deutschen Trailer auf Kaze's Kanal. Da können wir ganz ordentlich ohne Shitstorm reinschreiben, was wir uns für Sprecher wünschen und das wird dann auf jeden Fall die Blu-ray und DVD kaufen. Wir sind ja hier ein paar tausend Leute auf dem Kanal und ich denke, wenn ihr euch die Minute Zeit nehmt, können wir was bewegen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.